Und willkommen zurück! Let's play anniversary! Tomb Raider! Schauen wir uns jetzt noch Spieltipps! Zeit ist Geld! Mit dem Motto Zeit ist Tod! Mit dem Motto Zeit ist Tod! Ja! Und hopp! Das schaffen wir! Das müssen wir schaffen! Das ist... Das ist unmöglich, jetzt das zu schaffen! Und ich muss es wissen! Wenn wir das wirklich schaffen haben, wir haben viel Glück gehabt! Einmöglichkeiten mit sehr viele dicke Midi-Packs! Aber egal! Ich hab's gewusst! Bleiben die jetzt für immer so? Ich hoffe es ja! Da! Das schaffen wir! Hier! Jetzt müssen sie zurückgehen! Wenn nicht... Verspielt! Ich bin ja nicht verrückt! Man weiß nie! Sag's ja! Man weiß nie! Sag's ja! Man weiß nie! Aber... ... Diese Steuerung für PC ist doch etwas schwieriger, als ich gedacht habe! Zumindest... Was den... ...Klettern mit... ...Magneten... ...zu tun hat! Los, Laura. Sag mal, ich drücke jedes... Geräusche sagen mehr als tausend Worte. Nee, das war ein Bild. Alter, ich hab keinen Bock, dass ich hier... A und S gleichzeitig drücken will. Muss. Aber ich muss es. Mag ich muss es tatsächlich. Boah. Bom. Vorsicht, es regnet. Oh. Warum ist das jetzt aufgegangen? Kann mir das hier mal decken. So viel Sand war da jetzt auch wieder nicht rum. Aber mir egal. Kurzes Rätsel, das war's auch. Geil. Äh. Das wird genial. Ach, das ist jetzt mit diesen... Pantan. 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 Wenn man altgriechisch, äh, altgriechisch, altgriechisch, altägyptisch, alt, was auch immer, dann müsste das hier auch richtig sein. Gut. Eintechnisch gesehen, dann der. Und der letzte, dann der hier. Wow! Panische Musik, ey. Toi, wie soll ich das Rätsel jetzt machen? Mich als Krüter darstellen. Hallo, komm mal her. Mäuschen. So, jetzt denken. Wo ist das Ding? Einmal umkreisen. Hey! So, das müsste ja richtig sein. Ähm, falsch. Quatsch. Was mache ich denn? Ich muss ja nochmal rein. Warum? Weiß das, der ist denn? Der hier war? Also der Pinguin da? Dann müsste der die Vase sein. Also der hier, schließlich ist der hier auch. Der ist die Vase. Und der denn, der grüne Topf. Ja, ähm, entweder habe ich jetzt was verwechselt oder ich weiß auch nicht. Das zeige ich mit innen. Das habe ich verwechselt. Engel, das habe ich verwechselt. Das hat Husen. Oh! 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 Oh, oh! Oh! Oh, oh-oh! Oh, oh-oh-oh! Oh! Oh, oh! Ich bin Mama. Ich google der Genial! Drei Minuten sogar. Okay, jetzt sage ich, wie ich will. Ja. Dann mache ich lieber hier Schluss und dann bis zur nächsten Folge freuen. Let's play Doom Raider Anniversary. Auf Wiedersehen!